Bei unserem Projekt mit Kleinkraftwerken zur Energieautarchie geht es um ein Konzept und die entsprechende Umsetzung einer dezentralen Energieversorgung. Wir arbeiten dabei mit Kleinkraftwerken aus den Bereichen Sonnen- und Windkraft und auch Biomasse und ermöglichen so einen sinnvollen Ausbau der erneuerbaren Energien. Durch die Verbindung mit entsprechenden Speichertechnologien sorgen wir auch für eine langfristige Energiewende auf breiter Basis. Und besonders innovativ ist bei uns die Nano-Biogasanlage. Diese Biogasanlage, mit der wir Bioabfälle aus Küche und Garten in energiereiches Methangas umwandeln, welches dann thermisch genutzt werden kann. Mit unserem Konzept ist es möglich, die Zukunft umwelt- und naturbewusst energieautark zu gestalten.